Willkommen zu der Meditation Manifestiere im Schlaf Diese Meditation wird dich auf die Frequenz bringen, in der du komplett im Einklang bist mit allem, was du willst, sodass du alle deine Wünsche manifestieren kannst Am Ende von dieser Meditation wirst du in einen tiefen, erholsamen Schlaf fallen und am Morgen frisch und hochenergetisiert aufwachen Du wirst am morgigen Tag in der perfekten Schwingung sein in der das Universum dir deine Wünsche auf dem schnellsten Weg liefern kann Schließe nun deine Augen, entspanne dich vollkommen und geniesse meine Worte Ich bin genau richtig Ich bin genau richtig hier und jetzt Alles, was ich will, ist bereits bereit für mich Ich bin hier genau am richtigen Ort Ich bin genau dort, wo ich sein muss, um mein komplettes Potenzial zu leben Es gibt keinen Moment in meinem Leben, an dem ich nicht genau am richtigen Ort war Mein Leben verlief genauso, wie es kommen musste, damit ich nun am perfekten Ort bin, um alles zu empfangen, was mir wichtig ist Ich habe immer göttliches Timing Alles, was ich möchte, ist im Einklang mit allem, was ist Ich bin stets mit der göttlichen Intelligenz verbunden und sie unterstützt mich jederzeit, weil sie ein Teil von mir ist Und ich bin ein Teil von ihr Und wir sind ein perfektes Team Die göttliche Intelligenz pulsiert in all meinen Zellern und sie unterstützt mich stetig dabei, alle meine Wünsche in die Realität umzusetzen Sie kennt alle meine Ziele und Wünsche, alle meine Vorlieben und Visionen für mein Leben Und sie macht nichts lieber, als mich in der Realisierung davon zu unterstützen Sie sieht mich konstant Sie hört mich konstant Sie ist sich stets meinen Bedürfnissen bewusst Und ich bin umhüllt von einem unsichtbaren Team, das mir stets zur Seite steht Mein Team und die göttliche Intelligenz sehen den konkreten Weg zu all meinen Wünschen und Zielen Sie sehen, wann ich wo sein darf, um göttliches Timing zu haben Und sie leiten mich konstant mit Ideen und Impulsen Sie haben alle Zutaten, alle Menschen, Ressourcen und Informationen für mich bereitgestellt So dass jeder noch so erdenkliche Wunsch für mich in Erfüllung gehen kann Und genau deshalb kann ich mich entspannt und zuversichtlich in den Schlaf gleiten lassen Denn für jedes Detail in meiner Wunscherfüllung ist gesorgt Ich bin alles, was ich sein möchte Ich habe alles, was ich haben möchte Ich kann alles tun, was ich tun möchte Ich bin unlimitiert Ich bin wertvoll Ich bin stark Ich bin stark Ich bin gut Ich bin gut Ich bin gewollt Ich bin gewollt Ich bin reich Ich bin voller Vitalität Ich bin kreativ Ich bin beliebt Ich bin erfolgreich in allem, was ich tue Ich habe ein goldenes Händchen Ich bin erfüllt Ich bin mutig Ich bin versorgt Ich werde geliebt Ich werde geliebt Ich bin hier Ich bin ein mächtiger Erschaffer Ich bin eine mächtige Erschafferin Ich bin ein mächtiger Erschafferin Mein Leben ist eine Freude Ich kann alles erreichen Was ich erreichen möchte Ich lebe meine Seelenmission Und das Leben liebt mich Das Leben liebt mich so sehr Ich bin ein essentieller Teil Und wenn ich morgen die Augen öffne Werde ich völlig ausgeruht aufwachen Es erwartet mich ein weiterer wunderbarer Tag An dem das Universum stets hinter mir steht Der Tag morgen wird eine reine Freude sein Und ich werde ich morgen Und ich werde morgen voller Dankbarkeit Ich bin alles Ich bin alles, was ich sein muss Ich bin alles, um meine göttliche Vision zu realisieren Ich bin alles, um meine göttliche Vision zu realisieren Ich bin vollkommen im Reinen mit allem, was ist Ich bin alles, um meine göttliche Vision zu realisieren Ich bin alles, um meine göttliche Vision zu realisieren Ich bin alles, um meine göttliche Vision zu realisieren Ich bin alles, um meine göttliche Vision zu realisieren Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020